Ich sag nochmal Critical Class an. Werner Dörr an der Geige, Betty Brose an der Klarinette, Brigitte Würzele an der Posaune, Uli Xell an der Tuba und Angelika Link an der Flöte. Und wer Lust hat, kann sich dabei schon SSB-Plakate nehmen und wir haben wieder zum Verteilen 10.000 von diesen Flyern. Jetzt geht's weiter mit Musik. Zu Ehren von Roger Montana spielen wir jetzt eine rumänische Silva. Es fängt langsam an und dann geht es schnell weiter und wer Lust hat, kann dazu tanzen. Musik 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 Und jetzt, weil die Verhältnisse so traurig sind, spielen wir jetzt ein ganz cooles Lied, das heißt Trolls Freilach. Musik 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 Applaus 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 Bravo und richtig erklärt und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber der ganze Wagen hat gewippt und ich habe auch schon ein paar andere gesehen, die mitgewippt haben. Ich habe noch etwas versäumt, ich möchte noch die Raddemo begrüßen und die sind nicht erst eben gekommen, sondern die waren schon ziemlich früh da und ich habe noch etwas versäumt. Ich habe euch vergessen, Entschuldigung. Applaus Applaus Jetzt die Zweifel mit Dr. Norbert Bongartz, einem der Sprecher im Aktionsbündnis gegen S21, er hat zwei Themen. Einmal die Gewalt im Gesi-Park in der Türkei und zweitens das Grundwassermanagement, da gibt es einige wichtige Neuigkeiten. Herzlich willkommen, Dr. Norbert Bongartz. Applaus 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 Applaus